Musik Herzlich Willkommen zum Dreiländer Wasserkompress diesmal in Konstanz. Und ich freue mich, dass wieder so viele der Einladung gefolgt sind. Und ich freue mich, wir gehen auf zwei wunderbare Tage. Hochspannende Vorträge erwarten uns, klasse Fachausstellung. Wir haben Gäste aus allen möglichen Ländern, einschließlich USA, eingeflogen. Mr. Pauli Walker, Tower Forum, der Looking Forward to York. Danke schön. Danke schön. Mein Name ist Jojana Jeschke, ich komme aus Berlin. Und für mich ist es das erste Mal, dass ich an dem Wasserkongress teilnehme. Und ich finde es super interessant. Der Kongress ist ein tollen Mix aus so wissenschaftlichen Ansätzen, aber auch sehr, sehr praktischen. Es sind verschiedenste Anbieter von neuen wasserenergetischen Produkten hier vertreten. Und ich finde es sehr, sehr spannend. Und ich freue mich, dass es irgendwie vorangeht. Und irgendwie ist die Revolution des Wassers vorangetrieben wird. Es war ein toller Kongress. Wir hatten hervorragende Vorträge. Wir hatten hervorragende Gespräche. Das Netzwerken, die Aussteller, alles hat wunderbar gepasst. Auch natürlich das Essen gehört mir dazu. Das Bodensee Forum ist für so einen Kongress wunderbar geeignet. Und wir sind froh, dass es wirklich eine tolle Veranstaltung war. Und freuen uns schon drauf, wenn wir in zwei Jahren wieder das Gleiche auf die Beine stellen. Vielen Dank. Vielen Dank.